Jolo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Und heute machen wir eine Nicht-Lachen-Challenge in einem guten neuen Film. Hi! Let's go! Den Anfang haben wir schon ein bisschen gesehen. Hier, das Baby weiß einfach nicht so gut von dem Mädchen. Da habe ich auch schon zu viel gesagt, die fliegt jetzt voll auf die Fresse. Du hast schon gelacht? Ich habe nur nicht gelacht. Ah, das kenne ich! Echt? Der sieht schon dumm aus. Lol. Lol. Alter. Alter. Ja. Ich ja, der rennt jetzt nicht. Ready? Er... Aber du musst auch auf die Facecam. Hier bin ich doch! Nie, ich konnte so. Sehr gut, eben. Läuft. Halloween. Das kenne ich auch. Schön gegen den Briefkasten. Kennst du das? Ja. Charly, are you eating pizza? Is it good? Would you like a bite of my vegetables? Ja. 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 Hä? Alter! Hä? Wer fliegt auf die Trasse? LOL Es sieht aus wie Spiderman, aber nicht auch... Alles klar! Was kommt jetzt? Fliegt ihr nicht rein? Alter! War harder, Noah! What? Alter, wir haben uns auch schon fast 21. Oh! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Au! Au! Oh! Warum? Oh! Hahahaha! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So langsam langsam ist! Weird. As. Fuck. Aber was war das? Ja, das kannte ich auch. Also... So was kenne ich. Bei der Nicht-Lachen-Challenge. Bei der Nicht-Lachen-Challenge. Das geht so hin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wisst ihr, was bei der Nicht-Lachen-Challenge oft passiert? Die wollen dann gerade im Pool springen, nehmen Anlauf und fliegen auf die Fresse. Oh! Oh, das kenne ich auch. Oh, das kenne ich. Oh das kenne ich. Oh! Das kenne ich auch. Alter! Sind die doof? Ja. Ja, das kenne ich nicht. Ich kenne sehr viel. Adam, nein! Komm her! Was ist das? Wir reaktieren nur auf den Teil. Also 10 Minuten. Aber... Ich gucke mir das privat auch nochmal an. Komplett. Er schreit direkt. Roboter-Fight. Jederm Start. Okay. Der! 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 Lol! Das kenne ich vorsichtig. Das ist so! Eine Kette! Der! Okay, alles klar. Fährt der wieder rein. Alter! Los! Jetzt pass auf, jetzt gibt's nach oben. Oh Gott, er hat kaputtgemacht. Er wirft euch mal gegen. Das kenne ich auch. Au. Ja, das kenne ich auch. Au. Wie schlecht. Wie schlecht. Das kenne ich glaube ich. Ich nicht. Das sieht aus wie Yannick. Leute, ich trage euch dann auch nochmal einen Prank. Ja, jetzt habe ich dann am Ende des Videos nochmal einen Prank. Nicht von mir. Aber ja, das fand ich ziemlich gut. Alles klar. Ja, das kenne ich. Das kenne ich so. Oh mein Gott. Pelle. Oh nein. Das kenne ich auch. Oh, das kenne ich auch. Tau. Jajajaja. Er hat gekürt. Er hat gekürt. Er hat gekürt. Er hat gekürt. Das kenne ich. Er wollte du nicht. Er kommt sonst nicht auf die Aufnahme. Ja, das kenne ich auch. Der ist Penge. Das kenne ich. Der ist Penge. Ei. Ei. ZANDER! Es ist fettig. Der Fitnesscreme Faser Test ist eine Multimolk- ... 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 Warum sind die Kinder so dumm? Warum sind meine Kinder so dumm? Ich weiß, ich bin auch dumm, aber... Oh mein Gott! Ready? Alter! Oh, das kenne ich! Er ist nicht powerhaft! Alter! Was ist es? Was war das? Was? Was kenne ich? Das kenne ich! Oh, das kenne ich nicht! Was kommt jetzt? Oh, das kenne ich! Keine Hübschstange! Bitte keine Hübschstange! Au! Bye Bye! Wow! Yay! Warte mal! Disco Disco! Geil! Ich bin erstmal mit dem Schnee gebobbt! Beckham! Wer ist derjenige, der in ihren Hübschstange riecht? Okay, der ist mal den ganzen Kopf runter! Okay Leute! Ich teile euch doch mal den Pränk! Bis gleich zu sehen! In der Pränk-Affekt! So Leute! Wir sind wieder da! Ich hab's schon mal wieder gefunden! Was ich jetzt mal kurz rein schaue? Die Paukla! Mal gucken, was ist das? Warte! Ich hab euch den Prime versprochen! Hallo? Must auf mit reinziehen! Den kennst du gleich noch nicht viel! Warte! Doch! Den kenn ich nicht besser! Der ist cool! Der ist hier endlich! Herzlichestes bist du! nur bis hier PS Wollte Prank? Mandarinen! Er hat Mandarinen bekommen. Mandarinen! Er hat Mandarinen bekommen. Mandarinen! 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 Egal. Check. Komm her. Lumi, komm her. Ich würd mich auch so hart ärgern, ne? Wenn das mit meinem Handy-Tim-Switch passen wär. Das wär so krass. Ja Leute, das war's auch mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschau! Bis dann! Tschau! 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 Tschau!